Hallo, ich bin Gabi und Lehrerin für das schöne Holzblasinstrument Klarinette. Um damit anfangen zu können, solltest du mindestens sechs Jahre alt sein und ein passendes Kinderinstrument haben. Dann zeige ich dir, wie man alle Teile zusammensteckt und schon kann es losgehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Klarinette gibt es in verschiedenen Größen und Stimmlagen. Aufgrund ihres warmen Klangs und ihrer Vielseitigkeit ist sie in den unterschiedlichsten Musikrichtungen vertreten. Im klassischen Orchester, in der Volksmusik, in der Blasmusik, im Jazz, Klezmer. Ohne Klarinette geht fast gar nichts. Und ganz allein klingt sie so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020